Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo. Und zwar, wie ich ja gestern schon in meinem Taschenrechner-Video erwähnt hatte, werde ich für die nächsten zwei Monate ein kleines Projekt haben, ein kleines Projekt starten, welches Blender weltweit heißt. Und in diesem Projekt werde ich jede Woche für ein anderes Land Modelle modellieren, und zwar in Blender. Und ja, ihr könnt aussuchen, für welche Länder ich dann in dieser Woche dann, also jeweils dann, was modelliere. Und zwar werden dafür dann natürlich auch Videos rauskommen. Und zwar habe ich hier so einen kleinen Wochenplan. Zuerst, am Montag ist immer die Eröffnung, das heißt, ich werde dann erstmal schauen, was ihr euch in den Kommentaren in den letzten Videos dann für Länder gewünscht habt und was für Modelle. Das heißt, ihr werdet dann in die Kommentare schreiben müssen, welches Land ihr gerne hättet und dann drei Vorschläge für ein Modell, was dann umgesetzt werden soll, welche dann umgesetzt werden sollen. Sprich dann zum Beispiel Amerika, Empire State Building oder so, halt irgendetwas, was dieses Land repräsentiert. Also drei Vorschläge plus Land, was ihr euch denn für die nächste Woche wünscht. Dann werde ich am Montag immer einen Livestream machen, in dem ich dann versuchen werde, dieses Zeug zu modellieren. Also an jedem Tag, also ihr seht, Montag, Mittwoch und Freitag wird es einen Livestream geben jeweils. Immer abends. Ich weiß noch nicht, die Uhrzeit, die werde ich dann immer ankündigen. Dann könnt ihr ja auf Twitter zum Beispiel bei mir folgen, den habe ich das bei mir auf meinem Kanal verlinkt. Wenn nicht, dann verlinke ich euch den Link zu meinem Twitter-Account und da werde ich das dann sowieso immer preisgeben. Allerdings werde ich auch ein Video hochladen, von dem hier braucht ihr mir nicht folgen. So, wie geht es weiter? Dann haben wir einen Livestream, wie gesagt, Montag, Mittwoch und Freitag, wo ich jeweils einen Gegenstand modellieren werde. Und am Dienstag werde ich dann diesen Gegenstand als Speedart zusätzlich nochmal auf meinem Kanal hochladen, falls jemand jetzt nicht die Zeit hatte, sich diesen Livestream anzuschauen. Das geht dann so weiter bis zum Samstag. Und am Samstag werde ich dann ein kleines Video mit der Zusammenfassung dieser drei Gegenstände präsentieren. Und am Sonntag ist dann Pause. Da könnt ihr dann fleißig in die Kommentare schreiben, was ihr denn gerne hättet für die nächste Woche. Und ja, und wie gesagt, das Ganze geht circa zwei Monate, bisschen länger. Das sind ungefähr, puh, acht, sechs, sieben Wochen ungefähr, die ich, also sieben Länder, die wir dann behandeln werden. Das heißt, das Ganze fängt am 13.04. an, also nächste Woche und endet dann am siebenundzwanzigsten Sechsten. Das ist Ende Mai. Und ja, ich hoffe, das wird ein schönes Projekt. Ich hoffe, es wird euch auch gefallen. Allerdings ist verständlich dann, ich kann in dieser Zeit dann keine, ich mache in dieser Zeit dann keine Intros. Das heißt, das wird jetzt mal etwas komplett anderes, hat nichts mehr mit Intros zu tun, weil ich von dem auch ein bisschen loskommen will. Ich will auch mal ein bisschen was anderes machen. Intros sind immer so langweilig, finde ich mittlerweile für mich selber. So, das war's. Ihr könnt noch unter dieses Video schreiben, weil für nächste Woche, da habe ich schon ein Land festgelegt, das wird Deutschland sein. Und da könnt ihr jetzt mal hier unter dem Video, ich habe auch das gestern schon gesagt, das wird natürlich mitgezählt, schreiben, was ich denn für den kommenden Montag modellieren soll. Und für den Mittwoch dann natürlich und für den Freitag dann. Wir sehen uns dann am Montag. Euer Mr. Rolort. Bis dann.